moin moin meine lieben edelmetallfreunde und herzlich willkommen hier bei mir auf meinem kanal bei meinem video schön dass ihr eingeschaltet habt ja heute die große frage ist der bodensatz in sachen gold und silberpreis gefunden ein paar kommentare die ich gerne noch kommentiert haben möchte falls sich das alles interessiert würde ich sagen bleibt dran und schaust dir an bis gleich ja schön dass du drangeblieben bist jetzt steigen wir einen sachen gold und silberpreis also zunächst einmal die große frage ist der bodensatz gefunden könnte sein ja also ich kann jetzt nicht ich kann jetzt nicht wirklich sagen okay das ist jetzt so das absolute tief und der gold und silberpreis oder die gold und silberpreise haben so jetzt so ihren satz im kaffeesatz gefunden wie man so schön sagt ich glaube aber schon ja das ist so meine vorstellung des ganzen aber gerne kommentieren ob ihr dazu andere vorstellungen vorstellungen habt oder ob ihr da vielleicht andere ideen dazu habt man sieht aber jetzt aktu aktuell dass der goldpreis zum beispiel so bei circa 1700 us-dollar recht konstant geblieben ist aktuell sogar bei 1717 us-dollar ein paar zerquetschte und auch mal ein bild also ein zwei tage davor auch mal ein bisschen drunter also natürlich vor dem wochenende klar aber aktuell scheint es so zu sein dass wir vielleicht jetzt erstmal so ein bisschen so eine konsolidierung sehen werden zumindest diese woche noch so könnte ich mir vorstellen vielleicht mit ein paar höhen ein paar tiefen also das ist jetzt so sozusagen so mein szenario was ich so im kopf habe erstaunlicherweise und da kommen wir auch gleich zum thema silber und silberpreis muss man sagen dass der silberpreis diese abwertung oder diesen dieses finden von dem bodensatz liebe freunde sehr 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 gut überstanden hat das muss man einfach so festhalten es ist jetzt aktuell wieder knapp mag sich jetzt während der aufnahme meines videos auch wieder ein bisschen geändert haben bei knapp 27 us dollar pro fall und zu silber und das ist ja wegweisend ja also das ist meine meinung dass das wegweisend ist und dass wir da noch noch ja andere preise sehen werden ja dann spannendes thema ich wisst es ja ich bin mit dem einen oder anderen edelmetallhändler auch über verschiedene gruppen in kontakt und so hat zum beispiel das kann ich auch ganz ehrlich sagen ist keine werbung an dieser stelle das möchte ich ganz deutlich betont haben weil ich diese aussagen auch von anderen händlern mitbekommen habe in diesem fall ist es aber so dass es eben diesen einen edelmetallhändler betrifft genau genommen schmitz stretz edelmetalle der zum beispiel vor kurzem gesagt hat dass es zu starken lieferverzögerungen kommt aufgrund eben der lieferengpässe was das thema silber betrifft ja das ist auch eine sehr interessante aussage insofern dass jetzt so langsam diese verfügbarkeit von dem edelmetall silber in deutschland auch knapper wird ja also ihr wisst es ja selber der silbermarkt an sich ist schon sehr sehr knapp ja also das hat man letzte letztes jahr im märz recht gut gesehen wie schnell silber eben verknappt am markt weil natürlich silber gegenüber seinem großen bruder gold zumindest lange zeit nicht so ich würde sagen nicht so gefragt war in sachen investments natürlich schmuck gar keine frage wir wissen alle was die schmuckindustrie betrifft ist die nachfrage nach gold und silber selbstverständlich höher als wir jetzt bei dem barren und münzen bereich aber trotzdem muss man sagen ist der silbermarkt gegenüber den goldmarkt kleiner ja zumindest was eben das ganze thema investments betrifft und von daher ist es eine sehr spannende aussage wenn jetzt so die ersten edelmetallhändler anfangen zu sagen okay leute es kommt jetzt hierzu ein zwei wochen lieferverzögerungen nicht nicht nur aufgrund der nachfrage der ja der anleger sondern eben auch durch die durch die durch die durch die möglichkeiten das ganze überhaupt zu liefern ja und das war eine sehr interessante aussage ich werde euch da in diesem video einen kurzen ausschnitt dieses kommentars beziehungsweise dieser dieser antwort dieser umfangreichen antwort von ihm hier einblenden dann könnt ihr das mal selber mal lesen warum wieso das so ist ja also sehr sehr spannend das zum einen dann im letzten video habe ich ja schon gesagt muss man die hand wechseln was das thema und dazu werdet ihr auf youtube ja auch eine menge videos finden was das thema schwarze silber betrifft ja und was da habe ich ja auch noch mal sozusagen wiedergegeben was andere youtuber von sich aus schon festgestellt haben was das ganze thema mit denen mit der comex betrifft die kontrakte dass eben die händler meistens sind händler natürlich da mögen auch der ein oder andere privatanleger auch dabei sein das ist ganz klar aber meistens sind es wahrscheinlich händler in den usa eben sich das zeug ausliefern lassen ja also mehrere millionen von uns in silber und natürlich auch Millionen von uns in gold gar keine frage ja von daher wird auch dieses thema langfristig bei der preisfindung in sachen edelmetalle sich niederschlagen so da musste ich einen kurzen cut machen hier ist nämlich ein trecker oder wie sagt man bullock keine ahnung sagt jeder anders vorbeigedüst ja aber auf alle fälle wird auch dieses thema verfügbarkeit gerade was jetzt die auslieferungen betrifft sich auf die preisfindung in sachen edelmetalle und wie gold oder silber sich auch definitiv niederschlagen und die händler werden sich das auch natürlich gerade in amerika auch bezahlen lassen wollen das ist ganz klar ja und von daher wird dieses thema langfristig also kurzfristig langfristig in klammern gesetzt auch auf das ja auf europa zukommen ist ganz klar weil eben die verschiedenen münzprägestätten eben nicht alle in deutschland ansässig sind und von daher logischerweise ja diese lieferengpässe dann stärker werden weil natürlich andere länder genauso nachfragen und da ist ja deutschland nicht alleinstehend auch wenn man sagen muss dass deutschland oder die in deutschland lebenden menschen was das thema edelmetalle betrifft sehr sehr edelmetall affin an sich sind ja also muss man sehen es bleibt und das ist meine meinung zu diesem ganzen thema gerade dieses jahr sehr sehr spannend was das thema edelmetalle betrifft und ich bin nach wie vor davon überzeugt aber auch gerne kommentieren wie ihr das seht ich meine das sind die meinungen sehr unterschiedlich dass wir dieses jahr definitiv noch den einen oder anderen hohen preis ja sehen werden in sachen edelmetalle und wer weiß ob naja da vielleicht nicht der ein oder andere in sachen silber noch sehr überrascht sein wird ja dann blende ich euch in diesem video auch noch einen kommentar ein von jemandem der auch meine video schon länger verfolgt auch ein sehr interessanter kommentar wie ich finde der zum beispiel ich fasse es mal so aus meinem gedächtnis jetzt ein bisschen zusammen mehr oder weniger ausgesagt hat dass ja dieses thema edelmetalle und investments man dass man das generell dieses thema entspannen sehen muss ja und dass man eben nicht wie soll ich sagen und das sage ich ja oft in meinen videos immer irgendwelchen bescheuerten trends hinterher laufen muss das ist so eine sache liebe freunde ich verstehe es manchmal nicht wie man so so ja wie soll ich sagen wie so ein herden tier eigentlich ja im prinzip ist beschreibt es das ja ganz gut immer irgendwie irgendwelchen trends oder irgendwelchen fortlaufenden normen oder werte hinterher rennen muss das ist so eine sache die verstehe ich nicht ja und das ist auch leider gottes ein riesen fehler und das betrifft nicht nur edelmetalle in sachen investments ja weil nämlich die leute dann dadurch dass sie eben ein trend hinterher laufen zu spät in diese ersten klassen einsteigen und weil dann eben sie weiß sie dann eben sehen und der verkauft ja auch der macht ja auch der terminiert ja auch und der hat ja auch angst und dann eben zu spät beziehungsweise ja doch zu spät verkaufen weil diese aussagen ja wenn dann diese trends kommen immer schnell verkaufen weil es fällt immer weiter und weiter 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 eben zu spät bei dem privatmann ankommen ja die wenigsten haben den direkten zugriff auf die direkten veränderungen an der börse das ist nicht so ja und das sind dann sofort laufende prozesse die wo leider gottes meistens zu spät erfolgen wenn man so will ja und von daher kann ich immer nur wieder appellieren und das ist meine meinung macht eure eigenen gedanken ja lauft nicht irgendwelchen bescheuerten trends hinterher und haltet an dem fest was ihr schon habt ja lasst euch das nicht so einfach ganz einfach so aus der tasche ziehen das wäre meinen augen nicht richtig aber wie gesagt das ist jetzt hier keine empfehlung meinerseits ihr wisst es ja ich darf nicht offiziell beraten sondern das ist ich gebe hier nur meine meinung zum besten letzten endes muss das natürlich jeder für sich selbst entscheiden wie und was er sie für richtig hält in sachen investments ja das muss man einfach auch mal dazu stehen und das einfach mal ganz deutlich betonen ja auch wenn auf youtube der eine oder andere so tut als wenn das die weisheit aller götter ist so ist es halt nicht ja ich meine allein in deutschland haben wir über 84 millionen lebende menschen und so viele menschen wie es auf der welt gibt so unterschiedliche meinungen gibt es ja und da kann man halt nicht sagen dass es der goldene weg ja wo wir uns aber wahrscheinlicherweise oder sehr viele einig sind ist die tatsache dass dieses thema gold in sehr sehr vielen flosken floskeln und in sehr sehr vielen wortspielereien und in sehr vielen sätzen und geschichten auftaucht und da sind wir wahrscheinlich auch viele einig oder wir uns einig dass das thema edelmetaller ja dieses jahr noch für sehr viele überraschungen sorgen wird das ist meine meinung gerne kommentieren das zu meinem kurzen outdoor video wenn es euch spaß gemacht hat lasst mir immer einen großen daumen nördlicher richtung da aber das freue ich mich sehr und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video danke für eure zeit bis dahin ciao mit v olsame mazza